Hallo, ich bin Michael Liemers, ich bin Modellbauer, das ist mein Beruf und meine Leidenschaft zugleich. Ich möchte euch einen Blick hinter die Kulissen werfen lassen und nehme euch mit in meine Werkstatt. Hier zeige ich euch Tricks und Kniffe, gebe Tipps zu Materialien und Werkzeugen und zeige euch, wie man einen Wettbewerbslotker im Maßstab 1-24 aufbaut, mit dem ich versuchen werde, der Konkurrenz ordentlich um die Ohren zu fahren. Also, schaltet ein am 1. Februar um 19.05 Uhr auf Welt und um 20.15 Uhr auf N24 Doku. Ich freue mich, bis dann, euer Michael.